So, dann brauche ich da noch zwei Viper. Äh, Kommandoschiff, äh, Frachtschiff, Viper. Mach ich mal. Wie viel brauche ich von den Vipern? Zwei Stück. Gehen sogar zwei, juhu. Und dann noch drei Kommandoschiffe. Zwei, drei. So, dann dürfte das mal reichen. Dann kann ich, äh, ja, jetzt lasse ich hier noch ein bisschen produzieren. Dann ist hier gut. Und hier... Achtung, Produktionsstellstand. Äh, hier gibt man auch schon wieder was zu neigen. Produktionsstellstand, wo denn hier? Was machst du denn? Äh, hoch. Hat das denn hier kaputt? Wieso produziert ihr denn kein Öl mehr? Hm. Ist halt jetzt ein bisschen tödlich. Meines Erachtens, so. Wo ist denn hier das Öl? Ich glaube, ich mache noch ein paar... Watt? Bodenschätze, nee. Ich bräuchte Erdöl. Erdöl. Fahrzeug fertiggestellt. Na, finde ich es jetzt? So, hier Kunststoff. Öl. Was fehlt denn hier jetzt? Äh, ich sehe es schon wieder nicht. Muss ich hier mal direkt zumachen? Dann sehe ich es vielleicht eher. Ach so, Beton. Na, super. Jetzt bräuchte ich auch noch Beton. Beton bräuchte ich hier. So, jetzt lasse ich hier mal... ... alles einschlafen. Die kann ich runterschrauben. Die brauche ich... Ach, einen lasse ich. Eisenerzmine zu. Eisenerzmine zu. Eisenerzmine zu. Äh. Warndepot. Zwei von denen machen wir zu. Oder, nee. Eine lassen wir offen. Sicher ist sicher. Hier kann ich zumachen. Hier kann ich zumachen. Man dürfte das auch mal hinhauen. Äh. Ja. Schon klar. Noch ein bisschen was, was ich einschlafen lassen kann. Hm. Man muss sich hier mal auf Information setzen. Ich weiß halt nur wieder nicht, wo ich's hinstellen soll. Das ist so ein Hauptproblem von mir. Registriere neues Fahrzeug. Wo ich die Dinge hintun soll. So. Energieversorgung mangelhaft. Ah, wenn ich das schon wieder höre. Hier habe ich doch irgendwo eine Eisenproduktion aus dem Berg gestampft. Oder? Oder? Munition habe ich jetzt genug hier. Äh. Verbindung wird hergestellt. Hä? Verarsch mich. Du hast doch eine Verbindung. Äh. Ja. Für die Energieversorgung muss ich mich noch kümmern. Wie sieht's denn mit Kohle aus? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Gibt's nicht. So. Äh. Echos. Ja. Das Ding ist flächendeckend mit Windrädern übernetzt. Außer hier. So. Registriere neues Fahrzeug. Juhu. Da brauche ich nur noch eine Viper. Viper. Kolonieschiff. So. Übernehmen Sie die Anstellung von Mr. Stromberg. Oh man. Ja. Natürlich. Das. Jetzt gebe ich mal die drei Kolossus ab. So. Die muss ich. Hierhin bringen. Hierhin bitte. Danke. Wann bin ich die teuren Dinger schon mal los? Weil die hauen so krass rein. Im Geld. Registriere neues Fahrzeug. So. Jetzt muss nur noch die Viper fertig werden. Achso. Jetzt fehlt mir Eisen und Bauzellen. Ist ja toll. Dann hole ich... Dann hole ich... Hier ist Eisen und die Bauzellen. Hoffe ich mal. Ja. Kann ich sogar. Kann ich sogar. Ja. Bitte nimm sie. Eine beeindruckende Demonstration unserer schlagkräftigen Flotte. Ich bin sehr zufrieden. Ich erwarte sie dann hier an meiner Arche. Zur Kommandoübergabe. Okay. Wie viel liegen sie eine Flotte? Ach, jetzt muss ich noch drei Kolossus bauen. Ihr verarscht mich doch. So. Habe ich das? Brauche ich noch Bauzellen. So. Hier runter bitte. Jetzt darf ich hier mal irgendwo gucken. Weil ich hier noch Knete rein bekomme. Sonst sehe ich hier ziemlich schnell ziemlich alt aus. So. Was fehlt euch denn? Aktivität. So. Was braucht ihr denn noch? Nichts. Ich brauche hier noch ein paar Häuser. So sieht es aus. Hoppala Häuser. Äh. Huch. Ich glaube das Ding brauche ich nicht mehr. So. Hm. Egal. Egal. Dann brauche ich noch. Noch ein Häuschen. Ich habe keinen Platz mehr. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier noch Bevölkerung zusammenkriege. Ja. Die haben alles. Denen geht es gut, oder? Ja. Nahrung haben sie genug. Dann baue ich hier die Tycoon Häuser noch ein bisschen aus. So. 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 Hier eine Spalte dazwischen. So. Dann mache ich hier noch ein bisschen eine Straße rein. So. Nein. Nein. Die hat ja gar keine Verbindung. So. Dann kommen hier noch Häuser rein. Also ich hier die Produktion wieder hochfahren kann. Überhaupt die Ressourcen für habe. So. Bisschen Mikro-Management wieder. So. Hier wieder hoch. Und hier rüber. So. Hm. Hier noch ein paar Häuser. So. So. Jetzt bin ich hier so ziemlich am Maximum vom Haus. Äh. Möglichen. Nö. Da geht glaube ich noch ein oder zwei Häuserchen hin. Wenn ich hier eine Straße hinter bekomme. Das ist alles paletti. Super. Habe ich hier noch irgendwo Bauplatz? Ja. Hier kann ich. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Wo? Wo? Hast du keine scheiß Straßenanbindung? Aber jetzt. Dann mache ich hier noch ein paar Häuser hin. Dann kann ich hier die Doppelstraße wegreißen. Braucht es ja nicht. Weil dann kann ich hier noch ein paar Häuser. Dachte ich zumindest pflanzen. Hier geht eins her. Und da geht eins. Und da geht eins. So. Ich will nichts verschreien. Aber im Moment läuft es ganz gut. Ja finde ich auch. So. Obst. Mais. Hm. So. Könnte ich hier. Wo ist jetzt mein großes Schiff? So. Hier ist es. Wird gebaut. Perfekt. Ich glaube hier könnte ich noch ein paar Häuschen bauen. Äh. Hier hin. So. Ne. Muss ich nochmal wegreißen hier. So. So. Straße. Sonst meckern sie gleich wieder rum. Jedes Haus ist mir gerade wichtig. Dass wir ich mehr bekommen. Weil. Dann kann ich auch wieder. So. 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 Registriere neues Fahrzeug. Gut. Dass du ein neues Fahrzeug registrierst. So. Dann kann ich hier noch ein paar Häuserchen hinbauen. Dann kann ich hier rum. Hier mal alles ausnutzen. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Wo? Verarsch mich. Wo? Oh. Ich seh's nicht. Ach leck mich. Blöder Computer. Gut. Dann. Kann ich. Hier noch ne Reihe reinpflanzen. Weil ich da ne Straße durchbekomme. Hoffe ich mal. Ja. Kann ich. So. So. Und dann natürlich noch ein paar Häuschen. Ja. Ich freu mich so. So. Und noch ne Straße. Weil's so schön ist. So. So. Das dürfte mir jetzt mal Auftrieb geben. So. Jetzt guck ich mal das Gebiet an. Gehen auch noch einige Häuser. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Einfach ohne Sinn und Verstand. Ein paar Häuser gepflanzt. Natürlich gleich mit Straße wieder. Wir wollen ja keine unzufriedenen Leute haben. So. Dann muss hier noch ne Straße lang. So. So. Und. Natürlich. Hier gehen noch welche. Eigentlich hier irgendwo ne Straße lang bekommen. Das war jetzt ein Scheiß. So. Und jetzt noch ein paar Wohnhäuser. Dann haben wir hier einiges noch. Und jetzt haben wir wieder ein Plus von 478. So schnell kann's gehen. Jetzt brauche ich nochmal drei Kolossus. Ja. Da mangelt's mir an allem.